So, neue Aufnahmesession hier in BOW Retail. Heute werde ich nochmal so 7 bis 14 Folgen machen. Also ich bin jetzt bei 35 Folgen im Voraus. Das wären 5 Wochen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Also bis hier sind meine Kinder auf jeden Fall bei mir. Hier weiß ich noch nicht, deswegen für die 2 Wochen am besten noch mal im Voraus aufnehmen, dass ich auch Folgen habe, wenn die bei mir sind. Einmal das hier beenden. Was euer ist, ist mein. Der Herzog spricht mit Herzog Langrad im Schattengewölbe. Und die Schwarzwacht. Sprech mit Dunkelreiterin Ali in der Schwarzwacht in Eiskrone. So, der eine ist hier drinnen. Hallo Herzog Lakral. Ehrenhafte Herausforderungen. Herzog Lakral vom Schattengewölbe bittet euch, die Herausforderungsflagge zu nutzen und 6 Mjord den Krieger zu besiegen. Geleidet euch wohl. Okay. Dahin. Oder unten ist noch eine Quest. Vom Springer. Eliminiert die Konkurrenz. Der Springer beim Schattengewölbe möchte, dass ihr... Hast du sie noch alle? Ich spreche gerade mit dir. Möchte, dass ihr Duelle austragt und Sigrid Eiskind, Ephraim den Treuen, Onu Zun und Dinky dort Pfiff besiegt. Okay. Also. Ist alles hier drüben? Ähm. Tag. Ach, die hier soll ich... Kann ich den jetzt einfach... Ja. Kann ich einfach... Dann. Wie viel Abklingzeit hat das? Ähm. Vielleicht sollte ich ein bisschen schneller sein. Äh, das zählt nicht. Schade. Ich hatte gehofft, dass wenn ich den hier auch noch kill, dass es dann direkt zwei Stück gibt. Alles mitnehmen, was geht. So, die Quests haben wir fertig. Dann müssen wir jetzt noch die drei hier herausfordern. Hier drüben noch einer. Und dann sind wir auch direkt fertig. So, äh, wenn wir hier reinfliegen. Wo kommen wir dann raus? Jotunheim. Da hinten ist irgendein Ritter der schwarzen Klinge. Also hier hinten können wir nichts machen. Okay. So, hier unten, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir machen erstmal hier oben beim Schattengewölbe weiter. Weiter. So, Herr Springer. Die Knochenhexe spricht mit der Knochenhexe in der Höhle des Dorfes Nihon da. So, das ist ein 78, okay. Äh, hallo, da drüben muss ich hin. Was? Beenden. Erlass des Schattengewölbes. Schattengewölbes. Herzog Langkral hat angeordnet, dass ihr den Erlass der Schattengewölbes laut Fortan Ufrang, dem Mächtigen, voll ist und ihn dann tötet. Das war der eine auf dem Stuhl da hinten. Ufrangshalle. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt so wieder reinkommen wie eben. Einmal mit Volldampf. Sehr schön. So, hallo. Tja, hättest du mal lieber deine Waffel zur Seite gelegt. Äh, toll. Jetzt hat der da hinten eine Quest. Besorgt den Schlüssel. Wählen der geschundenen Ufrangshalle hat euch gebeten, den Schlüssel zu wählen, Skatten zu besorgen. Instrukteur Rogega. Okay. Und der ist irgendwo da draußen. Wo? Da ist er. Warum sollte ich den Tod suchen? Nein, 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 nein. So wollte ich das nicht. Schön reinfliegen. Da vorbei. Und dann kommen wir sogar bis hinten. Gebt dem Baron Bescheid. Sprecht mit Baron Splitter im Schattengewölbe. Okay. So, direkt wieder zurück. Äh, heute haben wir Freitag. Ich werde morgen dann noch WoW-Klassik aufnehmen. Da habe ich nämlich, glaube ich, nur noch drei Folgen für den nächsten Monat. Beenden. Äh, Banner in die Nähe der Frühkoller. Äh, nein. Wählen ist zurückgekehrt. Redet mit Wählen dem geschundenen Ufrangshalle. Schattengewölbe. Okay. Und Ekel hat eine neue Quest. Tötet die Frühkoll. Ekel im Schattengewölbe möchte, dass ihr 15 beliebige Frühkoll in der weiteren Umgebung von Jotunheim tötet. Äh, dann können wir die eine Quest hier auch annehmen. Hier setzt ein Zeichen. Baron Splitter im Schattengewölbe wünscht, dass ihr 15 Banner der schwarzen Klinge in die Nähe der Frühkolleichen steckt, die ihr in der weiteren Umgebung von Jotunheim findet. Wenn wir da eh die killen müssen, dann können wir auch die Quest da machen. So, der eine ist hier drüben. Beenden. Gefangene der schwarzen Klinge, wählen der Geschundene im Schattengewölbe, bittet euch acht Gefangene der schwarzen Klinge zu befreien. Ihr findet sie in den Käfigen in der weiteren Umgebung von Jotunheim. So, dann hier beim Herzog. Das hier beenden. Demoliert Jotunheim. Herzog Lankral beim Schattengewölbe möchte, dass ihr 10 Banner der Frühkolle verbrennt. Ja, so viele Quests, wie ich jetzt hier gekriegt habe, mag das wohl stimmen. Äh, Jotunheim ist hier drüben. Ach, das gehört auch zu Jotunheim. Okay. Kann ich einfach hier... Also wir müssen 15 Stück killen und müssen 15 Stück hier bannern. Wollen wir es bannern nennen? Und die Tropen auch Schlüssel. Okay. Oh. Sie sterben Arm in Arm. Hallo? Wie viele Schlüssel haben wir jetzt? Ähm... Sieben. Einen brauchen wir noch. Gut, haben wir jetzt auch. Okay. 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 So. Zwei Quests fertig. Dann einmal hier rüber. Banner verbrannt. Und Gefangene befreit. Ich esse euer Herz. Das schmeckt nicht. Lass es. Herz ist ekelhaft. Ich habe einmal Herz gegessen. Bööö. Nie wieder. Ist da einer drin? Ich sehe hier nichts. Wo sind denn eigentlich hier die Banner? Die scheinen irgendwo da drüben zu sein. Ah, da ist ein Banner. Hier drüben. So, das hier verbrennen. Zehn Stück. Habt ihr es noch alle? Zehn Stück verbrennen. Nee, wenn die keine sind, kann ich auch keine verbrennen. Mann, 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 Mann. Walhallas. So. Wie viele brauche ich denn insgesamt? Äh, fünf Banner und drei Gefangene noch. Okay. Schlagt mal drauf. Die sind auch geil. Laufen mit, aber hauen nicht drauf. So sind sie die Leute. Faul bis zum geht nicht mehr. Warum freie ich sie überhaupt? Weil es eine Aufgabe ist und ich das machen muss. Einen danach noch, oder? Oh, der erste haut schon ab. Dem hat es sich zu lange gedauert. Wir brauchen jetzt noch drei Banner zum Verbrennen. Da haben wir eins. Ich gucke die ganze Zeit oben auf die Minimap, ob hier vielleicht irgendwo noch eine Quest zu sehen ist. Aber ich denke, wir müssen eh nochmal hier hin. So, wir haben alle Quests gemacht hier. Wir müssen jetzt dann da drüben noch hin. Zur Knochenhexe. Die ist, glaube ich, hier unten in der Höhle. Ähm, wir machen morgen weiter. Dass du Goten mit mir selbst zusammen. Vielen Dank.